Ja, Hi! Willkommen auf meinem Kanal. Heute mit Random Teams unterwegs und wir haben einen Boss. Nur mal den Kroki irgendwo haben, weiß ich nicht. Entschuldigung. Hier! Hier! 4 Stücke in einem Haufen, gut bewacht muss man sagen, da ist der Kroppi, ja, der Kroppi ist auch da, aber der ist verdammt weit weg, oder? Ich laufe von hier und dann laufe ich da unten, dann wenigstens den auch. Das ist ein Kroppi. Oh, wir sind sehr schlecht. Ah, okay Dem sollte man ein bisschen stein legen Wenn man den nicht hat, das nutzt man nicht Das man gleich entschätzt vorweist hopp Das ist ein frisch letzies Wank 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 Was ist das? Gott, habe ich nicht schrecken bekommen. Ja, das Ding war ja rot. Ja, das Ding war ja rot. Jetzt habe ich auch noch mit dem getradet, oder was? Hallo, da hinten geht es ab, was machst du da? Ja, da was kühlt oder? Der macht da alles allein, der macht ja gar nichts, der läuft ja nur unten. Ich habe rechts was gehört, was stimmt mit dir nicht. Du sollst lücken, du sollst, du sollst, du sollst, du sollst. Oh! Der hat den anderen aufgeweckt, der hat den anderen aufgeweckt. Weck ihn doch auf, schnell! Achso, jetzt bin ich... Ja. Das war's. Das war's. Was machst du denn da? Oh Gott. Die haben getötet. Oh, es geht in Bunia auch noch raus, ey. Alle tot, alle tot. So blöd, echt. Scheiße. Also das ist, treten, das muss sich da was geändert werden, das ist ja Blödsinn, so was, ganz ehrlich. Naja. Also wenn es Spaß macht, danke fürs Zuschauen.